Frankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport. Kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. He he. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. GURR! Okay. He he. Wie entspannt sie auf einmal ist. Die 3 muss eine 1 rein. GURR! 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 Ich lass sie mal so, vielleicht bringt mir das ja was. Irgendein Erfolg hat so viel noch schon mal gebracht. Wunderbar. Okay. Ich. Geige. Ja. Frankierung wird gescannt. Fehler. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet. Und für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Knick. 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 He, he. Knick. 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 Oh yeah. Fehler. Fehler. Oh. Knick. 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 Oh yeah. Äh. Wie du willst. Nein. Boah. Jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Nein. Nein. Ah, haha. Eine für sofort und eine für unterwegs. Hahaha. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Hm. Das war wohl falsch. Nein. Was ich jetzt mit fünf nah, geht es auch? Wie geht es? Ich habe das Falsch. wieder falsch ob es einen zusammenbestimmt sonst wäre ich schon wieder falsch wieder falsch was soll was an dem zettel zu tun haben so 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Au! Sie wollen da wohl nicht mehr. Nein! Und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Ey, aufhör! Ey, aufhör! Gold trinkt ihren Kaffee schon. Nein, sie und ihn anschließen. Ich will die Katze noch nicht aus dem... Wo sind sie beim? Wo sind sie? Wo sind sie denn? Oh, die sind ein Fröhlich. Wo sind sie denn? Aufhör! Wo sind sie denn?